Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin Redakteur bei der Roadbike. Ich bin der Christian und ich bin sein Kollege auch Redakteur bei der Roadbike. Ich bin der Franjo, seit einem Monat bei der Roadbike, Volontär und heute das erste Mal dabei. Das erste Mal beim Podcast und wir starten gleich mit einem kontroversen Thema für unsere Leser, der Roadbike und auch für die Zuhörer des Podcasts. Denn wir fragen, ist die Felgenbremse schon tot? Oder zuckt sie nur noch? Oder zuckt sie nur noch, genau. Es geht heute um das Thema Felgenbremse. Die Bremse, die, glaube ich, jedem Rennradfahrer bekannt ist, die, glaube ich, fast jeder, der auf dem Rennrad jetzt fährt, auch schon mal gefahren ist. Also es wird sicher auch Neulinge geben, die mit der Scheibenbremse begonnen haben. Aber ich glaube, die meisten kennen noch die gute alte Felgenbremse. Und ja, haben sie geliebt und gehasst. Haben sie geliebt und gehasst und haben sich aber mit ihr, ja, arrangiert über die Jahre und kennen sie in- und auswendig. Und jetzt ist die, ist die Felgenbremse, ja, die Frage ist, ist die Felgenbremse auf einem absteigenden Ast? Das diskutieren wir heute. Ja, und wie wir auf das Thema kommen, also ich meine, es ist halt so, wenn man sich auf den Herstellerseiten umschaut, was die neuen Räder angeht, Neuvorstellungen, neue Räder, ist eigentlich alles nur noch mit Scheibenbremse. Und ich meine, so viel kann man verraten. Wir wollen in einem der nächsten Hefte uns nochmal Räder mit Felgenbremsen anschauen. Auch in einer Preisklasse, die gehoben bis solide ist, so 3000 Euro. Und da haben wir halt gemerkt, es wird echt verdammt dünn, was Räder in dieser Preisklasse mit Felgenbremsen angeht. Und was uns dann zu dem Thema führt, ist sie eigentlich schon tot? Hat sie es nur noch nicht gemerkt oder hat sie noch eine Zukunft? Genau, hat sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Und Franjo ist eher so, ich will nicht sagen der Verfechter der Felgenbremse, aber er ist zumindest der, der wahrscheinlich so bis jetzt am wenigsten mit Scheibenbremse unterwegs war von uns dreien. Deswegen, Franjo, darfst du mal sagen, was ist die Felgenbremse? Ist das denn überhaupt eine gute Bremse oder ist die nicht so gut? Also, ich habe eine Felgenbremse und die bremst. Das ist schon mal sehr gut. Gut, das ist ja das klassische Argument von allen Scheibenbremsengegnern. Es ging hunderte von Jahren mit der Felgenbremse gut. Ich brauche nichts Besseres. Siehst du das genauso? Also, ich muss sagen, wenn ich so bei meinen Kollegen sehe, die Scheibenbremse fahren, also von der Wartung her ist das natürlich ein viel höherer Aufwand wie eine Felgenbremse. Eine Felgenbremse bzw. ein Laufrad lässt sich auch schneller, gerade wenn man es mal schnell braucht oder im Renngeschehen oder so, lässt sich die schneller wechseln auf jeden Fall. Und ja, dann spielt auch ein bisschen das Gewicht, finde ich, eine Rolle. Scheibenbremsen sind schwerer. Ja. Ja, da hast du, da sprichst du einen Punkt an, den auch unsere Leser der Roadbike oder auch auf der Homepage oder, ja, die wir per Mail manchmal als Leserpost kriegen. Ja, die Scheibenbremsenrennräder, wer sich ein Rad mit Scheibenbremse zulegt, der lädt sich einfach mal so schon in der Regel ein halbes Kilo mehr auf. Das ist so der Grund, in der Regel ist es so ungefähr 500 Gramm, die eine Scheibenbremse mehr wiegt als eine Felgenbremse, wobei es da in den letzten Jahren natürlich auch schon richtig, richtig gute Räder mit Scheibenbremsen gab. Ich hatte letztes Jahr im Herbst, glaube ich, ein Canyon drin, was auch mit Scheibenbremse, glaube ich, nur knapp unter sechs Kilo wiegt oder sechs Kilo irgendwas. Also das ist schon richtig, richtig gut. Da ist halt die Frage... Aber es ist noch nicht im Massenmarkt angekommen, ganz eindeutig. Ja, erstens das und dann wäre noch natürlich die Frage, wie leicht könnte dieses Rad sein, wenn da nur eine Felgenbremse dran wäre. Denn man hat immer die hydraulischen Leitungen, die schwerer sind als die Bremszüge. Ja, und... Man hat aber immer noch das UCI-Limit von 6,8 Kilo. Ja, wobei das bei den meisten Leuten draußen jetzt nicht so die Rolle spielt, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, Franjo, warst du schon mal bei einem Rennen, wo, doch, du warst schon mal bei Rennen, wo das Rad gewogen wurde, oder? Ganz genau. Da gibt es eine Rennserie hier in Baden-Württemberg, Interstuhl-Cup. Und da werden die ersten drei Räder immer gewogen und dann werden auch drei ausgelost. Und da kommt es auch mal vor, dass jemand ein Rad hat, das unter 6,8 Kilo wiegt. Und der ist dann raus, oder? Der wird dann disqualifizieren. Das stimmt, das könnte mit Scheibenbremsen nicht passieren. Genau, aber die Frage ist ja, hat die Felgenbremse überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Das wollen wir heute ja so ein bisschen diskutieren. Und also, Franjo, von dir hört man so raus, es spricht einiges gegen die Scheibenbremse, nämlich Gewicht und Wartung. Und es spricht einiges für die Felgenbremse, nämlich kann schnell Rad wechseln. Und ja, ist einfach einfacher, ist simpler. Aber jetzt kommen wir mal auf den Knackpunkt, oder den viele bei der Scheibenbremse als einen Vorteil sehen, nämlich die Bremsleistung. Hattest du denn schon mal irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt geht mir die Bremsleistung aus aufgrund der Felgenbremse? Also ich muss sagen, dass ich, seit ich hier bin, jetzt auch öfter Scheibenbremsen gefahren bin. Ich bin auch davor schon auf meinem Crossbike eine mechanische Scheibenbremse gefahren, die auch sehr gut ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich erstaunt bin von der Bremskraft. Also ich finde das Scheibenbremsen doch sehr gut und schnell bremsen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl auch, dass die Reifen direkt blockieren und man dann quasi einfach aus der Kurve rausdriftet. Aber die Frage ist ja, würdest du sagen, dass quasi die bessere Bremsleistung, würdest du sagen, dass die so viel besser ist, dass man sagen kann, hey, Felgenbremse, damit ist die Felgenbremse für dich jetzt nicht mehr adäquat und sagst du, du fährst kein Rad mehr mit Felgenbremse? Also wenn man dem Trend der Industrie mitgehen möchte, dann würde ich schon eher auf Scheibenbremsen auch umsteigen. Ich sehe ja auch, dass immer weniger Felgen mit Felgenbremse angeboten werden. Und gut, ich wiege jetzt nicht sehr viel. Ich bin klein, ich bin Leichtgewicht. Da mache ich ein halbes Kilo am Rad bergab. Da freue ich mich sogar, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht drauf habe. Sehr gut für die schnelle Abfahrt, genau. Genau. Also es ist trotzdem eine schwere Frage. Ich muss aber hinzufügen, dass ich jetzt schon öfter, gerade wenn ich im Regen fahre, mit der Felgenbremse das Problem habe, dass ich eher weiterrolle als direkt zu bremsen. Und das hatte ich jetzt mit den Disc Brakes tatsächlich nicht. Also die quietschen zwar laut, dann braucht man schon mal keine Klingel. Kann auch manchmal ein Vorteil sein. Also ihr seht schon, selbst bei uns derjenige, der quasi am ehesten noch den meisten Kontakt mit der Felgenbremse hat, selbst der nach ein paar Mal Scheibenbremse ist der schon halb konvertiert. Ja, aber das kenne ich von einigen, die dann echt erst alles ablehnen und sagen, nee, braucht kein Mensch. Und wenn man es dann wirklich mal gefahren hat und ausprobiert hat, dann lässt dann die Ablehnung schon deutlich nach. Ich meine, ich weiß noch, ganz am Anfang war das auch vielfach so ein optisches Ding, dass man die Dinge einfach hässlich fand an den Seiten, weil es ein ungewohnter Anblick war. Das wollte man einfach nicht. Das ist, ähm... Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile völlig gedreht. Also es ist jetzt kein optisch... Zu diesen Verfechtern gehöre ich. Okay, immerhin, mal noch ein optisches Argument. Aber wenn man jetzt mal rein von der Bremsleistung ausgeht, finde ich, hat die Scheibenbremse da schon große Vorteile. Und ich meine, es gibt ja noch andere Vorteile. Ich meine, jeder von uns ist schon mal mit, muss man ja auch sehen, Carbonfelgen und Regen gefahren. Das ist ja kein Spaß unbedingt. Nee, das ist tatsächlich, ähm, da merkt man den Unterschied, glaube ich, am stärksten. Und, ähm, äh... Sorry. Ähm, und die, ähm... Also ich muss auch von einer Erfahrung, also ich bin mittlerweile eigentlich fast nur noch auf Scheibenbremsen unterwegs und ich möchte auch nicht mehr zurück, möchte ich ehrlich sagen. Also bei mir ist es wirklich so, ich bin bei der Scheibenbremse angekommen und ich hatte auch eine Erfahrung, eine eher, äh, nasse Abfahrt in den Alpen, bei einem Alpenmarathon und, äh, um die erste Kurve bin ich noch rumgekommen und bei der zweiten Kurve hing ich dann wirklich, also da habe ich die Mauer schon touchiert. Zum Glück langsam am Ende, aber, ähm, ähm, also es war wirklich, ja, sagen wir mal, entweder zu schnell gefahren oder zu langsam, äh, gebremst. Und da war es so, dass ich, ähm, ein Argument, das viele Verfechter der, der Felgenbremse ja anführen, ist, ja, wenn du, die, die Bremsleistung ist nicht unbedingt durch die Bremse bedingt, sondern eher die Haftung des Reifens auf dem, auf dem Asphalt. Und diese Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe die Bremse echt so festgezogen, ich habe nicht blockiert, aber ich konnte einfach nicht schnell genug und stark genug verzögern. Also es lag tatsächlich, gut, bedingt durch Feuchtigkeit auf der Felge, ähm, ist natürlich auch nochmal ein bisschen schlechter für die Felgenbremse, aber es lag wirklich nicht an der Reifenhaftung, sondern es lag an der Bremsleistung der Bremse. Und, ähm, da möchte ich jetzt, das Rad war gut eingestellt, da möchte ich jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Argumente hören, ja, ja, du hattest wahrscheinlich deine, äh, keine Ahnung, die Bremsklöpze irgendwie abgefahren, verglast und schief eingestellt. Nee, die Brems, also die Bremsbeläge waren in Ordnung. Es war einfach nicht mehr drin, es war nicht mehr aus dieser Bremse rauszuholen. Und ja, diese Erfahrung habe ich mit der Scheibenbremse bis jetzt zumindest noch nicht gemacht. Also ich kann das da auch nur beipflichten. Also ich hatte auch schon mal, äh, wenn man mit, mit einem, im Regen mit einer Felgenbremse und Carbonfelgen irgendwie runterfährt, ich meine, man muss dann immer erst mal so diese eine Radumdrehung, bis man die Felge trocken gebremst hat und dann greift die Bremse irgendwann, wenn man Glück hat. Das ist halt einfach eine Erfahrung, die man mit, ähm, Scheibenbremsen nicht hat. Also die ist einfach unter sämtlichen Bedingungen, ähm, zuverlässiger und valider. Ähm, ich finde auch, man muss ein bisschen aufräumen mit diesen, ähm, es gibt ja auch die Vorbehalte, mit, äh, wenn man bergrunter fährt, lange bergrunter fährt, Bremsen schleifen lässt, äh, bei einer Felgenbremse kann die dann Schlauch platzen, bei einer Scheibenbremse kann die Bremsscheibe zu heiß werden und dieses Fading auftreten oder die, die dann eine Bremsflüssigkeit kocht. Da muss man im Prinzip sagen, also unter Extrembedingungen, wie man dann bergrunter fährt, da kriegt man jede Bremse klein. Ja, also, äh, das ist tatsächlich was, was wir auch, ähm, ja, wir haben ja auch schon Tests auf Prüfständen gemacht und wir haben, äh, Carbonfelgen getestet, ähm, die bis zur Delaminierung, will ich mal sagen. Also, ja, das, das, das Argument, dass man mit der einen Bremse, ähm, quasi in den Alpen auf jeden Fall verloren hat und das ist vor allem, und das, das die Scheibenbremse wäre, also das würde ich auch nicht mehr gelten lassen. In den, in den, vor allem bei großen, langen Abfahrten, wie sie denn in den Alpen jetzt halt öfter mal vorkommen, da gehört es einfach dazu, dass man, ja, richtig bremst. Und das ist bei jeder Bremse wichtig, egal ob Felge oder Scheibenbremse. Genau, man muss mit beiden, also keine von den Bremsen verzeiht, ist wirklich jetzt zehn Kilometer steifende Bremse irgendwie, äh, den Berg runter zu rollen mit, mit 40 Sachen, wo es irgendwie zehn Prozent steil runter geht, das verzeiht am Ende keine Bremse. Genau, äh, Christian, du hattest ja auch, ähm, jetzt, äh, du hast ja schon angekündigt, wir werden, äh, Rennräder mit Felgenbremse nochmal testen natürlich, weil, die sind draußen noch unterwegs, also. Ja, wie gesagt, es gibt ja Leute, die die einfach noch haben wollen und das ist ja jedem unbenommen, wenn er sagt, ich fahre lieber Felgenbremse, weil es gefällt mir besser, Bremsverfahren reicht mir, darf ja jeder selber für sich entscheiden, wir schreiben ja niemandem vor, wie er, wie er fahren soll. Genau, aber ich wollte jetzt auch nochmal nachfragen, wie es denn ist, ähm, auch Franja hat das schon mal angesprochen, dass wer quasi, äh, wer die volle Auswahl haben will oder noch, äh, lange Upgrades für sein Fahrrad haben will, ähm, der sollte vielleicht eher auf Scheibenbremse setzen. Wie ist das denn draußen in der Industrie? Sagen die, sagen Hersteller oder auch, äh, keine Ahnung, gibt es von Shimano irgendeine Ansage so, okay, äh, wir haben noch, äh, fünf Ersatzteile für fünf Jahre, aber danach wird's nichts mehr geben für die Felgenbremse oder ist das, muss man jetzt schon anfangen zu horten, Ersatzteile? Ja, also jetzt mal mit, mit Blick auf Shimano, da habe ich in der Tat mit Shimano mal gesprochen, wie es denn aussieht, weil wenn man sich anschaut, dass so die, die hochpreisigen Rennräder eigentlich alle nur mit Disc kommen, dann müsste ja folglicherweise eine Dura-Ace, äh, die A2 mit Felgenbremse sozusagen quasi schon exot werden. Ich meine, die Antwort von, von Shimano ist da relativ eindeutig, sie sagen, ähm, wir produzieren das weiter, wir entwickeln das weiter, die Entscheidung, welche Produkte dann irgendwann in ferner Zukunft es nicht mehr geben wird, die, wird sozusagen der Markt treffen. Also Shimano sagt nicht, wir, wir, wir töten die Scheiben, äh, die, die Felgenbremse, sondern die sagen, wir machen alles weiter und, äh, letzten Endes muss ich dann zeigen, was die Hersteller, was die Kunden haben wollen und solange wird das, also die Entscheidung überlässt Shimano dann den Kunden. Die Hersteller sind da vielfach schon einfach Schritte weiter, ähm, weil es einfach bedeutet, wenn ich ein Rad als Scheibenbremse und als Felgenbremsrad entwickeln will, da habe ich doppelte Entwicklungskosten, weil ich natürlich eigene Gabeln entwickeln muss für eine Felgenbremse oder für eine Scheibenbremse, auch Rahmenhinterbauten, die müssen speziell immer entwickelt werden, äh, das kann man nicht einfach nur irgendwie drei Schrauben dran, dran löten und dann, äh, ist das einfach mal eine Scheibenbremse und da müssen halt viele einfach wirtschaftliche Erwägungen treffen und sagen, okay, wie viele Felgenbremsräder verkaufe ich noch, lohnt sich das oder mache ich es nicht einfach, spare mir sozusagen einen Entwicklungsschritt und habe nur noch Räder mit Scheibenbremsen und das ist halt ein Schritt, den momentan echt viele Hersteller gehen, das gleiche geht bei den Zubehörkomponentenherstellern, weshalb dann auch bei uns immer so die Ansage ist, oder was ich auch empfehlen würde, wenn jemand jetzt neu einsteigt und will sich halt ein neues Rad kaufen und hat eventuell dann Lust in zwei, vier, fünf Jahren irgendwie Upgrades oder sich mal ein paar neue Laufräder, dann ist der definitiv mit einer Scheibenbremse natürlich besser aufgestellt. Das stimmt und, und Frank, du bist als von uns dreien, glaube ich, noch am häufigsten im Rennradverein, im Training und hast, glaube ich, so mehr oder weniger am meisten Austausch mit anderen Rennradfahrern. Wie ist denn, kannst du da so irgendwie ein Stimmungsbild abgeben? Also, wenn du jetzt so im klassischen Radverein dir die Leute anguckst, ist da 50-50 oder ist das noch 80 Prozent Felgenbremse, einerseits, was die Leute fahren, aber auch andere, zweite Frage auch, was die Leute, was die Leute wollen. Also, wie ist da die Akzeptanz? Also, man sieht schon bei uns im Verein jetzt immer, also nicht öfter, aber jetzt habe ich schon ein paar Räder mit Scheibenbremsen gesehen, aber das ist doch, ja, eher selten der Fall. Ein Kollege hat sich jetzt auch wieder ein neues Rennrad geholt mit Felgenbremsen und es wird auch... Ha! Der Idiot. Es wird auf jeden Fall, also gerade bei Ausfahrten wird ständig drüber diskutiert, Felgenbremse, Scheibenbremse, da spielt dann Gewicht immer eine große Rolle. Gerade bei der Scheibenbremse, wenn man viel selber am Rad macht, ich meine, wenn man, also wenn man sich ein Rad kauft, kann man ja auch eigentlich in den Laden gehen und sich das oder das wieder zurückschicken, wenn irgendwas am Rad sein sollte. Kann man machen, genau. Es gibt aber dann natürlich auch Leute, die gerne selber dran rumschrauben und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen, ja, dass man da schon fast eine Ingenieursausbildung braucht, weil wenn ich mir diverse Scheiben oder die Bremskonfiguration und so, ja. Wenn ich mir die Leitung ansehe, wenn sie gerade bei Aero-Bikes, die innen verlegt sind, da muss man, wenn man schon Spacer tauschen will, muss man die kappen und das erfordert, also das ist ein Riesenaufwand, den man mit Felgenbremsen nicht hat und andererseits spielt dann auch so ein bisschen der Verschleiß eine Rolle. Also ich habe es jetzt lang Zeit noch nicht getestet, ich weiß nicht, wie es ist, aber was ich mich auch persönlich frage und was auch heiß diskutiert wird, wenn ich so bei Vereinskollegen zuhöre, ist bei einer Felgenbremse verteilt sich ja die Kraft auf die ganze Felge. Und bei einer Discbreak-Scheibenbremse, da konzentriert sich die Kraft einseitig und auf einem kleinen Radius. Da müssen ja viel größere Kräfte wirken und da frage ich mich, wie halten das die Lager aus? Also muss ich da öfter die Lage und der Nabe wechseln? Kann mir, also ist jetzt vielleicht überspitzt, kann mir auch die Gabel vielleicht mal brechen einseitig? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder gibt es da Erfahrungen? Ich meine, es ist ja ganz klar, dass eine Gabel für Scheibenbremsen stabiler und stärker konstruiert werden muss. Das ist halt ein Grund, weshalb eine Gabel für Scheibenbremsen einfach schwerer ist. Ich meine, dadurch, dass du unten die Steckachse hast, die gibt sozusagen in dem ganzen System halt noch zusätzlich Stabilität. Und was halt aber auch wichtig ist, bei einer Felgenbremse bremst du auf einem tragenden Bauteil. Also ich meine, jeder Bremsvorgang schmürgelt dir irgendwas von deiner Felge ab. Sprich, du hast am Ende irgendwann, hast du dein Laufrad zerstört, weil halt dann die Materialstärke oben an der Felge einfach nicht mehr groß genug ist. Das ist halt bei der Scheibenbremse als Vorteil. Du hast halt sozusagen die Scheibe, die du irgendwann austauschen kannst. Und du hast halt nicht mehr das auf einem tragenden, ja durchaus wertvollen Bauteil, wenn keine Ahnung, ein 2000 Euro Laufrad hast, wo dann außen dir was zerstörst. Ja, und die Frage ist auf jeden Fall interessant, was so, ich wollte aber nochmal auf den Punkt Wartung und so eingehen. Da hatten wir nämlich in der Redaktion nochmal drüber gesprochen, weil wir da auch, ja, das Thema heiß diskutiert wird. Und manche Kollegen sind echt auch, ich will nicht sagen Anti-Scheibenbremse, aber die sehen noch mehr die Probleme, die auch da auf einen zukommen. Wobei ich mir dann aber auch denke, mit der Felgenbremse, da hatten wir jetzt Jahre, Jahre, Jahre Zeit, uns an diese Technik zu gewöhnen. Und natürlich kann ich einen Zug wechseln von der Bremse. Wenn der intern verlegt ist, ist das auch eine Fummelarbeit manchmal, an der schon gestandene Mechaniker verzweifelt sind und in den Tränen ausgebrochen sind. Und ich denke, dass so, wenn die Scheibenbremse halt jetzt mal noch länger da ist und es quasi, wir auch mehr Chancen hatten, uns mit der Technik zu beschäftigen, dass es dann auch kein Hexenwerk mehr ist, eine Bremse zu entlüften. Also klar ist das mit Sauerei verbunden und so. Aber ich habe einmal zugeguckt schon und es auch einmal so semi-autonom selber gemacht, dass man, es geht, es funktioniert. Ja, 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 da muss ich mal eingrätschen. Ich meine, das ist bei allem, was man gegen Felgenbremsen haben kann, das System ist halt einfach deutlich einfacher. Ich meine, du siehst automatisch beim Blick sozusagen vom Lenker runter, wie dick deine Bremsbeläge sind. Das siehst du bei der Scheibenbremse. Da musst du erst mal das Laufrad ausbauen und dann mal gucken, wie dick ist es denn. Mit einer Taschenlampe wahrscheinlich noch. Mit einer Taschenlampe reinleuchten, ob die Reststärke von deinen Scheibenbremsbelägen noch zu sehen. Bei der Felgenbremse siehst du das sofort. Du brauchst im Prinzip zum Belagtauschen Schrauben ziehe, machst die Dinger raus, schiebst die neuen rein. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Und bei der Scheibenbremse brauchst du eben einen Entlüftungskit. Du brauchst irgendwie noch eine Flasche mit Bremsflüssigkeit. Du brauchst eine Spritze. Du musst wissen, ist da Mineralöl oder dort. Da Mineralöl drin, welche Flüssigkeit muss da rein. Und auch dieses Bremsenentlüften vorne geht es ja noch. Aber wenn du dann die hintere Bremse, da hast du eine Leitung, die noch irgendwie durch den Rahmen geht und da dann alle Luftbläschen immer wieder raus. Und also da gibt es schon, es gibt immer noch viele Argumente pro Felgenbremse. Definitiv. Das Problem, was ich halt sehe, ist, es wird nicht helfen. Ja, genau. Die Argumente für die Felgenbremse können so gut sein, wie sie wollen. Die Argumente für die Scheibenbremse sind einfach besser, würde ich sagen. Also ich oute mich auch als Freund der Scheibenbremse. Ich möchte eigentlich nichts mehr anderes fahren. Also klar, wenn mir jemand ein Rad schenken würde oder so, würde ich auch nicht Nein sagen. Aber selbst an meinem Stadtrad sind Scheibenbremsen dran. Und ja, die natürlich, wenn was zu tun ist, ist es vielleicht nicht so einfach zu machen und nicht so einfach zu sehen, wie an einem Rad mit Felgenbremsen. Wobei die Beläge an einer Scheibenbremse auszutauschen ist, würde ich wagen, da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, das ist nicht schwerer als die Beläge an einer Felgenbremse. Man sieht es nicht, okay. Aber das kann wirklich die Beläge tauschen, das kann jeder. Nein, Moment, da muss ich ja wieder mal einkritschen. Es geht ja nicht nur ums Beläge tauschen, du musst ja auch beispielsweise dann die Kolben wieder zurückdrücken. Ja, man nimmt das Schraubenzieher, dann starrst du da so ein bisschen rum. Ja, wenn du diese Keramikkolben zu sehr mit dem Schraubenzieher bearbeitest, kannst du dir die auch kaputt machen. Also kannst du schon, also da ist schon eine größere Gefahr, dass du da was kaputt machst, was nicht einfach verarbeitet ist. Du kannst aber auch diese kleinen Schräubchen, die die Felgenbremsbeläge in den Bremsschuhen halten, die kannst du auch rund drehen und dann hast du auch ein ganz anderes Problem. Dann kannst du immer noch den ganzen Bremsschuh tauschen. Ja, aber ja, also okay, lasse ich gelten, dass es vielleicht, aber es ist fast genauso einfach wie die Beläge. Also wenn man es einmal gemacht hat und hat sich einmal irgendwie ein Tutorial-Video angeschaut oder in unserem Werkstatt Sonnendeft sich das mal angeschaut, wie das funktioniert, dann ist es in der Tat kein Problem. Aber man muss erst mal echt daran denken, auch die Bremskörper zurückzudrücken, die Kolben, dass halt auch du wieder den Druckpunkt hast. Ja, also okay, das lasse ich noch gelten, aber wie gesagt, ich denke, die Argumente für die Scheibenbremse überwiegen tatsächlich über den Argumenten dagegen. Und auch wie du gesagt hast, es wird in der Entwicklung und die Top-Rennräder, die es teilweise nur noch mit Scheibenbremse gibt, das zeigt eindeutig einen Weg vor. Ich meine, wie ist da deine Einschätzung, ist im Einsteigerpreissegment von so zwischen 1000 und 2000 Euro ist da oder sogar unter 1000 Euro, denkst du, da wird die Felgenbremse immer weiterhin geben, einfach aus Preissicht, weil quasi Scheibenbremsenräder nicht so günstig angeboten werden können? Oder denkst du, dass selbst quasi in dem Preissegment irgendwann die Felgenbremse verschwindet? Also die Felgenbremse ist definitiv immer noch günstiger und gerade in diesem Einstiegsbereich so bis 1000 Euro ist, glaube ich, die Felgenbremse noch das Maß der Dinge, einfach weil die Scheibenbremse schwerer und halt auch ein bisschen teurer ist, weil die Technik halt ein bisschen aufwendiger ist. Deswegen kostet halt ein Rad mit Scheibenbremse halt schon irgendwie noch 200, 300 Euro mehr. Deswegen gibt es in dem Bereich halt noch die Felgenbremsräder, nur ich glaube auch, dass viele Kunden mittlerweile dann oder Hobbyfahrer bereit sind, dann das Mehrgeld zu investieren, um halt ein Rad zu haben, womit sie perspektivisch einfach ein bisschen mehr Potenzial haben, weil sie es einfach weiter tunen können mit schöneren Laufrädern oder mal ein Gruppenupdate und sind dann nicht irgendwie festgelegt auf halt Felgenbremse, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob ich, also ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es dieses Jahr noch eine größere Neuvorstellung für ein Rad mit Felgenbremse gibt. Und ich weiß noch, auf den ersten wurden dann die Felgenbremsräder gezeigt und dann die ersten Fragen, gibt es denn die Scheibenbremsversion? Und mittlerweile wird die Scheibenbremsversion gezeigt und ich glaube, es fragt gar keiner mehr, ob es auch eine Felgenbremsversion gibt. Ja, das. Also das ist schon, und mein ein Aspekt, den man ja auch noch sehen muss, auch im Profibereich, die sind ja mittlerweile auch, die waren ja mit sehr großen Beharrungskräften ausgestattet. Und da gibt es ja immer noch, ich glaube, Sky Eneos, die fuhren immer noch mit Felgenbremsen. Movies da auch noch letztens. Movies da auch noch, weil die Spanier da auch ein bisschen Hemmungen hatten. Da hatte ich mal die Gelegenheit, mit denen zu sprechen. Da war ein Alejandro Valverde, der auch sehr skeptisch war, was Scheibenbremsen angeht. Die sind da echt noch auf der alten Schiene gewesen. Das Mehrgewicht wollten sie nicht. Mit den anderen Bremsen kamen sie alle super klar und dann war da nicht die Notwendigkeit gesehen worden, warum sie das jetzt umswitchen wollen. Aber ich glaube, auch das wird jetzt einfach, weil es dann die Räder gar nicht mehr gibt. Aber da sprichst du einen Punkt an, der, ich glaube, bei unseren Lesern oder den wir oft zu hören bekommen von unseren Lesern und auf der Webseite auch, ist, dass das eine, naja, eine forcierte Änderung, ein forcierter Shift zur Scheibenbremse ist durch die Industrie. Weil man kriegt ja kein gutes Rad mit Felgenbremsen mehr für eben vielleicht etwas hochwertigeres Rad beziehungsweise ein teures Rad. Und man würde jetzt quasi den Kunden nur noch die Scheibenbremsräder vorsetzen, weil die könnte man für mehr Geld verkaufen. Und alle würden jetzt auf einmal sagen, ach ja, Gewicht, das ist ja nicht so wichtig. Hier, guck mal, Ero, Ero, Ero. Das würde auch mit der Scheibenbremse mehr gehen. Also das ist das, was wir so zu hören kriegen. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Wie, ja, wie, was kann man dazu sagen? Also wie kann man, was kann man den Leuten antworten? Ist das, haben die Recht? Oder ist das wirklich so forciert von der Industrie? Oder ist das auch ein bisschen keine Einigung? Ich weiß nicht, ich meine, ich muss mal wissen, ob die ursprüngliche Initiative zu sagen, wir machen jetzt, oder wir trauen uns, Rennräder mit Scheibenbremsen zu entwickeln. Das war ja, irgendwann muss ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein, das mal auszuprobieren. Ich meine, im Mountainbike-Bereich, ich habe mal gesehen. Das taugt, wir brauchen das. Das ist halt die Frage, ob man das im Rennrad wirklich gebraucht hätte, ob das dann eine gute Idee war. Fakt ist, am Ende funktioniert ja alles nur, wenn die Leute es auch kaufen. Wenn es keiner gekauft hätte, dann wäre das Ding relativ schnell wieder in Versenkung verschwunden. Dann hätte ich gesagt, braucht kein Mensch, bringt nichts. Man kann halt dieses Argument, ja, man wird sozusagen von der Industrie überfahren, kann ich nur zum Teil gelten lassen, weil wenn es keiner kaufen würde, dann würden die das auch ganz schnell wieder einstellen. Da gab es ja auch einige Beispiele von irgendwelchen Innovationen, die sich einfach nicht durchgesetzt haben. Ja, wobei man sagen muss, die Scheibenbremse hatte am Rennrad Startschwierigkeiten. Sie hatte Startschwierigkeiten, definitiv. Da gab es auch Scheibenbremsen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wie sie jetzt funktionieren, wo es wirklich noch, wo, sagen wir mal, das System mit den, ich will fast sagen, mit Kinderkrankheiten auch auf den Markt kam. Also da waren Bremsscheiben, wo mit Alukern, der dann geschmolzen ist, unter natürlich extremen Bedingungen. Und dann war ja auch noch die ganze Debatte mit der Verletzungsgefahr im Profi-Peloton. Ich weiß nicht, Frank, wenn du bei Rennen unterwegs bist, auch ab und zu mal, ist es da noch ein Thema, dass Leute sagen, ich möchte eigentlich nicht in einer Gruppe fahren mit vielen Scheibenbremsrädern, weil erstens der Bremsweg unterschiedlich ist. Und wenn wir da stürzen, dann ist da die heiße Bremsscheibe, die durch den Oberschenkel schneidet wie Butter. So war das damals immer beschrieben. Nee, also davon hört man eigentlich gar nichts. Dafür gibt es ja mittlerweile auch schon zu viele Rennen, Cyclassics, Veloton, wo gemischte Felder unterwegs sind. Bei jedem Ötztaler sind mittlerweile zig Leute mit Scheibenbremsen unterwegs. Ich meine, die zwei Fälle, die es ja dann gab, die waren ja auch irgendwie so ein bisschen obskur. Da gibt es ja YouTube-Videos, die sich so bildweise auseinandersetzen, ob es überhaupt möglich ist, dass der vor ihm Fahrende mit an der Position befestigter Scheibenbremse seinen Oberschenkel an der Stelle genau hätte überhaupt treffen können. und wie der sich hätte verrenken müssen. Also da wurde, glaube ich, auch echt viel Schindlu damit getrieben. Und solange halt Kettenblätter rumfahren, die spitze Zähne haben, braucht man nicht über die Scheiben zu diskutieren. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, ja. Und außerdem, wir haben ja damals auch, als es, glaube ich, jede Redaktion gemacht hat, versucht, irgendwelche Schuhe aufzuschneiden mit Scheibenbremsen. Wir haben sogar versucht, einen Apfel aufzuschneiden. Wir haben versucht, einen Apfel aufzuschneiden. Wir haben versucht, einen Schuh aufzuschneiden. Also das geht einfach nicht. Also ich glaube, einer hat gekurbelt und weiter gekurbelt. Wer einen anderen Schuh heftig da an die Scheibe gedrückt hat, das ging nicht durch. Da hast du nichts gesehen. Da hast du nichts gesehen. Ja, und auch selbst mit was, Schuh ist natürlich relativ hart. Aber es gab ja den einen Fall, der seinen Schuh hatte, der so einen klaren Cut hatte, der dann meinte, das sei von einer Scheibenbremse. Also ich meine, Scheibenbremse sind keine Schlittschuhkufen von irgendwelchen Eishockey-Profis, die schön scharf geschliffen werden. Sondern die sind ja mittlerweile auch ein bisschen abgerundet. Das war ja eine der Reaktionen, die dann... Ja, die sind mittlerweile deutlich abgerundet. Genau. Die sind deutlich abgerundeter. Und auch was zu den Startschwierigkeiten, wollte ich noch sagen. Ich glaube, das war das Problem, dass man versucht hat, die Scheibenbremse vom Mountainbike relativ schnell aufs Rennrad zu adaptieren, hat aber nicht rechtzeitig und stark genug realisiert, dass man da schon noch ein paar Stellschrauben einfach sich anpassen muss. Ja, weil beim Mountainbike eben die... Klar, da sind auch Alpenabfahrten, aber nie mit den hohen Geschwindigkeiten, die man auch auf dem Rennrad hat, dass man quasi... Über die lange Distanz. Ja, genau, dass man halt mal wirklich eine halbe Stunde irgendwie zigmal von 70 auf 35 runterbremsen muss. Und in kurzer Zeit hintereinander beim Mountainbike, da bremst er dann halt von, naja, sagen wir mal 35 auf 15 runter, was natürlich eine ganz andere Hitzeentwicklung hat. Aber ja, also wie gesagt, da sind wir, glaube ich, auch einfach echten Schritt weiter als bei der Einführung der Scheibenbremse. Ja, weil am Anfang hatten sie das... Die Scheibenbremse, dann gab es die 140er-Schreiben, weil man sozusagen aus optischen Gründen irgendwie vorsichtig war. Und Gewicht. Und Gewicht. Man kann den Leuten keine 160er-Scheiben vorsetzen, also macht man die Scheiben möglichst klein, möglichst leicht. Hat natürlich das Problem oder der Nachteil, dass eine 140er-Scheibe nicht so gut Bremsenergie aufnehmen kann und wieder abkühlen kann wie eine 160er. Aber mittlerweile ist man halt einfach bei... Also 160 ist eigentlich vorne zumindest Standard. Manche gibt es noch, die noch hinten 140 verbauen. Wenn man leicht ist, wie der Kollege Franyu, dann ist das sicherlich kein Problem. Aber in der Regel 160, 160 hat sich da als Standard einfach etabliert. Ja, und das funktioniert jetzt halt auch viel besser als am Anfang. Das muss man auch sehen. Was, äh, ich glaube, immer noch nicht beantwortet worden ist, äh, was mich immer noch interessiert, habt, also gerade bei dem Lagerverschleiß, habt ihr irgendwie Erfahrungen, dass die Lager schneller ausgeschlagen sind? Oder, ähm, das hätte mich noch interessiert, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt. Ja, also das, die, die, was, äh, die Kraft an der Gabel, äh, angeht, da hatte der Christian ja auch gemeint. Also da, ich glaube, das ist den Herstellern in der Entwicklung ganz schnell klar geworden, dass da andere Kräfte wirken und dass man jetzt, also was den Rahmen angeht, auch hinten im, äh, im, äh, auf der, auf der linken Seite im hinteren Rahmendreieck, dass das alles halt verstärkt werden muss. Das ist natürlich auch ein Grund, warum da vielleicht jetzt ab und zu ein bisschen, äh, der Rahmen, vor allem am Anfang des Rahmenset, ein bisschen schwerer war als bei Felgenbremsen, wobei man jetzt da halt an anderen Stellen dafür auch Material wegnehmen konnte, nämlich oben an der Gabelkrone. Aber was die, äh, Lage angeht, ich glaube, da haben wir noch gar nichts gehört, dass es da, ähm, dass es da, ähm, irgendwelche größeren Verschleiß gäbe durch die Schadenbremse. Ja, ich meine, das ist ja dann auch schwierig zu sehen, äh, wenn man ein verschlissenes Lager hat, wie lange hätte es denn jetzt gehalten mit einer Felgenbremse? Genau. Also man hätte ja sozusagen zwei Sachen parallel fahren müssen, das ist so müßig wie die Diskussion, wie lange hält meine Kette? Also das ist so, kommt auf sehr, sehr viele Faktoren an, aber ich denke, zumindest haben wir noch von keinem Fall, auch von keinem Leser oder so gehört, oder aus der, aus der Industrie, aus der Laufradentwicklung haben wir noch nicht gehört, dass es quasi die Scheibenbremse jetzt negative Einflüsse auf die Lager hat. Ähm, und muss man sagen, wir sind jetzt nicht mehr am Anfang der Scheibenbremse, also wenn es da etwas geben sollte, dann hätte das mittlerweile auftreten müssen, dass es da, äh, vermehrt, äh, vermehrt zu Fällen kam, wo die Lager irgendwie durch die Bremse verschlissen sind. Da es bis jetzt nicht so weit gewesen ist, würde ich davon ausgehen, dass wir da relativ sicher sind vor, äh, vor einer, äh, vor einem Kaputtgehen dieses Bauteils. Genau. Aber jetzt bleibt uns eigentlich nur abschlüssend, ja, welche Frage wir auch nicht beantwortet haben, äh, ist, ist die Scheibenbremse, äh, ist die, Entschuldigung, ist die Felgenbremse denn jetzt tot? Und, ähm, ich weiß nicht, also von meiner Seite aus, ich würde antworten, äh, nein, aber sie wird, sie wird, sie wird nie zurückkommen und sie wird in, äh, wahrscheinlich in kurzer, äh, in nicht so ferner Zukunft ein Schattendasein fristen neben der Scheibenbremse. Was sagt ihr? Habt ihr da eine andere Meinung oder würdet ihr da zustimmen? Also ich sehe die Entwicklung da ganz klar hin, dass, äh, Felgenbremsräder vielleicht noch in der Nische irgendwie überleben werden, weil es halt Liebhaber gibt, genauso wie es Stahl und Titan und was weiß ich was Räder gibt, wird es auch noch mit Felgenbremsen geben, aber ich glaube, die ganz große Entwicklungsleistung ist halt einfach mittlerweile auf einer anderen Schiene und das ist Disc, ähm, von daher, und ich glaube, zwei Bremssysteme parallel nebeneinander, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das auf Dauer, ich meine, das ist jetzt auch schon, doch relativ schnell ging, dass die Felgenbremse aus dem, dem Portfolio der Herrlichstelle verschwindet, ähm, von daher glaube ich, das wird eine Nische bleiben, es wird Liebhaber geben, es wird überzeugte Anhänger geben von Felgenbremsen und das ist ihnen auch völlig unbenommen und das kann ja wirklich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das einfach schön findet und ich finde, das gehört zum klassischen Rennrad dazu, aber so im neuen Bereich, im, im High-End, wo dann die Entwicklung stattfindet, da ist, glaube ich, die Felgenbremse mittlerweile echt raus, Franjo, äh, letzte Frage an dich, was, wenn du dir jetzt ein Rennrad kaufen würdest als nächstes, würdest du nochmal Felgenbremse oder Scheibenbremse nehmen? Äh, tatsächlich, äh, habe ich mir das schon durch den Kopf gehen lassen und, äh, mein nächstes Rennrad wird mit Scheibenbremsen sein. Da habt ihr es gehört, selbst ein, 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 ein überwiegend Felgenbremsfahrer, äh, lässt sich bekehren. Also deswegen unsere Empfehlung an euch, wenn ihr das, äh, gar nicht, äh, haben wollt oder nicht versteht, warum wir hier, ähm, äh, so positiv über die Scheibenbremse reden, dann probiert es doch einfach mal aus, äh, setzt euch mal auf ein Rad mit einer Scheibenbremse und, ähm, lasst euch, bildet euch einen Eindruck und wenn ihr euch, äh, wenn ihr danach denkt, hey, die Felgenbremse reicht mir, dann, äh, hoffen wir, dass wir euch weiterhin auch noch Inhalte bieten in der Roadbike, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die High-End-Räder sind, aber wir bemühen uns, wir haben die Felgenbremse nicht vergessen, sie wird auch weiterhin in der Roadbike, äh, auftauchen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, wenn ihr, äh, Kritik oder auch Lob vielleicht, oder Themenvorschläge habt für zukünftige Podcasts oder einfach eure Meinung sagen wollt, zu dem, was wir hier so erzählen. Genau, ähm, also wir werden auch, äh, wenn, wenn es jetzt, äh, viel Leser-Feedback gibt, dann werden wir auch mal eine Folge machen mit, äh, Lesermeinungen zu diesem Thema. Auf jeden Fall. Schreibt uns doch eine E-Mail an podcast at roadbike.de, ähm, da, äh, lesen wir das dann und, äh, beantworten das natürlich auch und behandeln es eventuell in einem zukünftigen Podcast. Ihr könnt das Heft natürlich auch am Kios kaufen oder abonnieren, die Roadbike, oder ihr besucht uns auf roadbike.de im Internet oder auf Facebook oder auf Instagram. Also, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.